Hi, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Ihr seht schon, neue Frisur, Jason Statham-like. Ich finde mich stets überhaupt nicht, aber die Frisur, die habe ich jetzt erstmal. Mit der renne ich jetzt erstmal ein paar Tage rum. Aber ich habe mir überlegt, Jason Statham, der hier, die Ähnlichkeit, die ist auf jeden Fall da. Unrasiert, kurze Haare und natürlich breit gebaut. Und ich habe mir überlegt, wir machen einfach mal heute den Jason Statham-Workout. Er hat ja eine sehr eigentümliche Muskulatur. Da gibt es ja dieses Bild, ich glaube, ihr könnt das hier ganz gut erkennen. Er ist ja auch um die Welt gegangen. Mieser Sixpack, ich kann aktuell noch kein Bauchmuskeltraining machen. Darum müssen wir einfach jetzt was anderes ausdenken. Ich habe mir überlegt, die Brust, die ist bei ihm sehr markant, allerdings auch sehr behaart. Mit sehr behaart kann ich leider nicht dienen, aber ich habe mir überlegt, wir machen jetzt einfach mal einen Jason Statham-Chest-Workout. Um so eine große Brust aufzubauen, muss man auf jeden Fall schwer trainieren. Mit großen Gewichten, maximalen Reizfroßungen. Deswegen habe ich mir überlegt, heute einfach mal das ganze Kurzhandelbank drücken in einer sehr eigenartigen Kadenz. Am besten Kamerafrau kommt von hier vorne. Ich mache mich mal an die großen Handeln ran. Ihr seht schon, für meine Verhältnisse bin ich schon wieder gut dabei. Und ich werde jetzt ein paar Sätze mit einer sehr langsamen Kadenz machen und 42,5 Kilo auf jeder Seite. Und ich werde jetzt ein paar Sätze mit einer sehr langsamen Kadenz machen. So, geht gleich weiter. Super Satztraining, gleich für den Rücken. Und dann kannst du jetzt einen kleinen Suchismus machen. Super Satztraining, gleich für den Rücken. Oh. 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 So, alles klar, Brust auf jeden Fall, Rücken auf jeden Fall, stark trainieren, Latissimus Dorsi, 3 Minuten Satzpause, danach den Supersatz wiederholen, davon 3 Durchgänge an der Zahl, dann wird es auch was mit einer Brust und einem Rücken wie Jason Stepham. Wir sehen uns im nächsten Video, viele Grüße, euer Simon. Wir sehen uns im nächsten Video.